Tach Leute, ich bin Dennis von Bernhardt. Wir wollen euch heute mal zeigen, wie wir die Fred-Serie aufbauen, damit ihr seht, wie einfach das geht. Ich würde sagen, los geht's. Wenn ihr jetzt mit dem Aufbau startet, ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr euch an unsere Anleitung haltet. In der sind alle Schritte erklärt, die ihr jetzt auch in dem Video finden könnt. Um die einzelnen Teile vor Kratzer zu schützen, legt ihr euch am besten eine Decke oder einen Teppich drunter. Damit wir die Seitenwände montieren können, müssen wir die vormontierten Schrauben einmal lösen. Dann können wir die Seitenwand einfach einsetzen. Untertitelung des ZDF, 2020 Unter der Kammer befindet sich der Gasschlauch. Hier ist es wichtig, dass ihr die Kabelbinder entfernt. Im nächsten Schritt montieren wir die Scharniere der abklappbaren Seitentische. Dafür müssen wir eine Schraube von außen dran schrauben und eine von innen. Um nun die Gasdüse für den Infrarot-Keramikbrenner anzuschließen, müsst ihr die vormontierten Schrauben entfernen, die Düse an die dafür vorgesehene Position setzen und die Schrauben ganz einfach wieder reinschrauben. Zuletzt müsst ihr nur noch das Stromkabel des Infrarot-Keramikbrenners zusammenstecken. Wenn du ein Modell mit Seitenkochfeld hast, musst du die vormontierten Schrauben lösen, die Düse an die dafür vorgesehene Position stecken und die Schrauben wieder festdrehen. Die Halterung des Gasschlauches wird mit einer Schraube an der Seitenwand befestigt. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018